Hallo, ein Bild von Isabel ist gekommen. Hallo, Papa und Mama. Hallo, ein Bild von Edibel. Wie geht es euch von Isabel? Seit ich am 26. September 2020 von Island aufgebrochen bin, habe ich mich bisher auf einer Insel umgeschaut. Ich erinnere mich noch an all meine neuen Freunde auf Island. Momentan bin ich auf Est-Andol. Hier ist gerade Abendessenszeit. Es duftet schon überall so gut nach Essen. Die Bewohner hier waren so nett zu mir, dass mein Dankbarkeits-Label auf 1 bestiegen ist. Darf ich vorstellen, dass auf dem Foto es praktisch ist. Wir haben uns angefreundet. Ich muss bald wieder aufbrechen, aber ich werde an euch denken. Isabel. Schön mal wieder etwas von Isabel hören. Weiterhin gute Reise. Bis zum nächsten Mal. Wenn die Bettina sein.